Gut, 3, 2, 1, hallo und willkommen zurück zu GTA 5 und der krassen Schlacht hier mit Trevor und seinen Kumpels, die einfach ein paar Gangster abschließen. Ja, hier sind wir stehen geblieben, als Trevor herausgefunden hat, dass Michael noch lebt. Wollen wir hier noch ein paar Gangster ausschalten? Ich hab zwar keine Ahnung welche, doch das werden wir wahrscheinlich hier rausfinden. Warte mal, das ist fast da. Boah, egal. Das ist gar nicht mal so einfach zu schießen. So, hier mal durchbinden. Zack, 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 zack. Oh, no, 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 no. Das hab ich mit dir nicht gemacht. Zack, 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 zack. Schön, nirg. Wir müssen hier entdecken. Oh mein Gott, perfekt erschossen. Schön in Bewegung bleiben. Ich habe leider keine Lebensmittel, wo ich mich regenerieren kann, sondern Trevor regeneriert sich selbst. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. So, hier ist noch irgendwo einer. Ja, was wollt ihr noch? Kommt da her! Oh, schlechste, kletter schneller, kletter schneller. Doppelkill! Und nochmal den da hinten mitgenommen. Das ist halt der Finch-Rot-Filmte. Ich komm, ich komm, ich komm. Mann, wie hast du mich genannt? Warte, warte, kurz verstecken. You're okay? Ich höre mir, der wurde gerade voll weggeballert. Sag mal noch nicht, bist du okay? Obwohl, Trevor sieht auch nicht mehr so geil aus. Na los! Ich renne schon. Ja, da rennt ihr weg, hä? Tschüss! Oh, die wollen auch wegrennen. Nein, nicht mit mir. Ich komme! Ja, ein paar Sticky Bombs. Was, was auch immer das ist. Ich hab grad nicht in die Untertitel geguckt. So! Ich bin hierher, ich bin, wir sehen uns. Es ist eine Sache, zu verlaufen mit dem Biker, aber die Azteckler, Mann! Die Azteckler? Das ist nur ein Name. Ist er Illuminati, auch? Und ein Wacki? Ist er noch ein von den Lizard-Länden? Ich habe diesen Chines-Kontakt, du kannst dich finden, am Ende? Er wird all die Mech wir können. Unsere Empzesse ist nicht nur mit Mech, es mit Beispälen zu. Hier ist er! Wir wensen ihn. Was?! Jawohl, schön mit dem Wagen da rein Und Let's go What the fuck Trevor This is the fuck my soggy friend You are out of business The lost MC are out of business The guns and crank in this area Go through Trevor Phillips Enterprise Or they ain't going Say something don't make it true This is happening The shot callers ain't gonna be happy Was war's mit dir Du warst ein richtig schlechter Drogendealer Ja klar doch Darf ich ihn ja schießen Drei Zwei Eins Besser halten Ah Das fühlt sich doch geil ein So Begebt dich zu Rons Zuhause Oh ja Dürfen wir ihn jetzt aushoben This is an unprecedented turn of events I always said I was gonna take over People say all kinds of stuff When they're three days into a smoking party You calling me a bullshitter friend? Clearly not No way You're a man of your word As evidenced by said events If I say something is going to happen It's going to Maybe not today Or tomorrow But as soon as the moment is opportune Understood Yes sir If I say I'm fucking dead Then fucking dead I am I'm not gonna raise my balding head on a beach in ten years time Saying All is well Is this about the ghost? Michael fucking Danley Yes it is Who you told me about him? Your old running buddy And who was the other one? Brad Was the other one Locked up in a federal penitentiary When he finds out Michael survived that job Yeah What do you think happened? If I knew what happened I wouldn't be bemoaning These last ten years I've spent in ignorance Some say ignorance is bliss For a man with an interest Some may say obsession Get out of the car Ron Anytime to think Run Also das gleiche hier jetzt auch mit Trevor Wir dürfen hier uns umziehen und so Geile Bude Aber was erwarte ich bei Trevor Also Das ist für ihn wahrscheinlich noch das Normalste Er fügelt ja auch jeden Tag eine andere Frau Der Junge So Bestanden Mr. Phillips Wer auch immer das ist Oh ja Mh Lecker Alter was hat er dir empfunden? Klingelton They're listening Then make it quick That business thing's been set up The Chinese guy Mr. Chang Is at the inn You said that on the phone? What the fuck is wrong with you Dammit Ron Now I'm gonna have to discipline you And you know how I feel about that Ja ganz normal So Das sage ich auch immer Persönlich am Telefon Also Ab Chang 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 Äh voll rassistisch Chang 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 Man kann hier sogar ein Rennen machen Also falls wir mal Lust haben auf ein Rennen Dann immer Warte mal was ist das hier Für ein Herzsymbol Ein Tattoosstudio Ne ne gar kein Bock auf Tattoo Kommen wir mal ein anderes Mal machen Du 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 Oh Scheiß Straßen alter Die Gare sieht aber auch echt geil aus Ey aber Besser als gar nichts Oh Hat er gerade einen Hund überfahren? Sorry Das war nicht meine Absicht Also wirklich Gott Checker John ist hier Oh Oh Hello there How are you doing today? I'm in Just Oh Oh Shit Trevor You're still banned What about these two? Whoever wins Gets banned He's won Ban him I can't ban him He's my goddamn husband He's young enough to be your son Ain't the internet a beautiful thing, honey Anyway, I saved your husband Now get me a drink I got a meeting Okay But any more bodies turn up in my bar I swear I will not serve you Mr. Phillips Ah, here he is Yes, Mr. Chang Pleasure to meet you No, I am Mr. Chang's humble translator Mr. Chang now You all speak Spanish Speak it to each other Mr. Tao Chang Is pleased to meet your acquaintance Oh yeah He seems it What the fuck is wrong with him? Just this one Just this one Come, 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 come I'm out No, don't go Please I beg you If you go His father kill me Why do I give a fuck? You don't But we hear that Trevor Phillips Corporation Is serious business We pay good price Things work out We partner Make big money I'm rushing Well Let me show you the operation This is us Japan is a full idiot here Oh, the Chinese is a full idiot Have I got the man from the barfow? You can't get here quick enough The Aztecas are coming They think you took out Ortega They ain't mistaken Well, get down here and take them out too Yeah, we're on the gangsta king No, no Mr. Chang Sr. is very specific He wants a good reliable source of meta-amphetamine We will buy from you here and distribute using established networks I'm worried that might dilute what our operations all about Shit, Trevor We ain't got long Whoa, whoa, whoa Manor shaft These are our guests, all right We got Mr. Chang and his humble servant Hey, Lao Xiong Nice to meet you Trevor, we ain't got long till they get here Everything in its time, all right Gentlemen, please Come check out the storage facilities Go on now Nice, right? Ample room inside Mr. Chang, please, sir, if you will Let me out No Super Tour will recommence shortly, gentlemen Should we get the guns? Yes, chef Help me If I knew we were having visitors What did that little spring clean? Schwerberg hat diese Chinesen in irgendeine Tiefkühltruhe reingepackt Naja, besser so Die hab ich eh nicht verstanden Ja, Explosion, Explosion Alle Komm, schön den Motor wegballern Kann ich denn den Motor abballern? Einfach so umschießen Weh, des Geballer wird hier nicht toleriert Warte, ich komm auch I cover you Zack Zack Na, was wollt ihr jetzt? Hier, klein Bichster Schieße immer daneben Hey, die Klappe Wo ist denn der Letzte? Da, der schießt Ich seh ihn nicht Ich muss runter Ich geb denen jetzt so eine Schelle Ach, ich muss auch hier hin Wo ist der denn jetzt da? Was ist denn seine Spezialfähigkeit? Lol Der Drogen Drogentrip Yo, Trevers Fähigkeit ist also Der Drogentrip Wie geil Mh Krieg auf jeden Fall keinen Anfall Oder so Oh, fuck you So Das wundert mich aber auch nicht Also wenn Trevor irgendwann So von der Polizei Bitte wahrscheinlich auch Verfolgt Dann Eindeutig wegen seinem Drogentrip Das ist voll easy Weil er die einfach weg Zack 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 Mit der Uzi Ne, ist ein Sturmgeberg Kommt noch einer Jetzt kommen die auch noch von der Seite Ich hab aber gar nicht mehr so viel Muni Dann nehmen wir jetzt erstmal die Spruchfinte Egal Oh scheiße Ich dachte, ich überlebe das noch Was war das denn? Sorry, Raptor enttäuscht Auf einmal habe ich wieder voll den Muni Ist ja auch besser so Wir wollen flüchten Nicht mit mir, Alter Ne, ich will die nicht wieder rausholen Okay Also diese komischen Jing-Jang-Jong-Leute Rausholen Bammel-Ni-Gong Na, wie geht's? Die Trevor-Philips-Industrie Jawohl Geil 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 Wir sind jetzt Einer von den CEOs Kann man jetzt überhaupt hin Alles Dort und dort Ob der Auftrag wird wahrscheinlich noch nicht angezeigt Kann ich mir vorstellen Ah, steigt doch ein Wir haben jetzt eine krasse Karre, Alter Hab ich mir zwar nur geklaut, aber egal Ich will mir mal neue Waffen kaufen Da habe ich jetzt echt Bock Ich hoffe, ich muss das nicht für jeden Charakter einzeln machen Weil das wird echt teuer Was ist das jetzt, Trevor? Er fragt schon so Was ist jetzt Deine Waffe? Warte doch mal Okay, ich darf mir nicht alle aussuchen Ist auch klar Ähm Boah, hier ist so eine Stunde Ist eigentlich eine AK-47, aber okay Größeres Magazin werde ich mir holen Armee Farbton Taktisches Licht Ähm Haben wir einen Scheidämpfer? Ja, Scheidämpfer auf jeden Fall So Haben wir die Waffe jetzt schon? Gut Ach, die haben wir alle schon, oder? Ähm Hier mit Zierfernrohr Und mit Griff Wollen wir unser ganzes Geld mal hier für Waffen ausgeben Ähm Freistellen kann ich mir noch nicht holen Das finde ich schade Spezialkarabiner Mit Scheidämpfer Und noch Zielenförderung Fuck, ich habe jetzt viel zu viel ausgegeben Jawohl, jetzt habe ich sogar alle Ich kenne hier übrigens einen Trick, Alter Wenn man sich So hier hinstellt Und dann Den so bedroht jetzt Und jetzt zurück geht Kommt dann, glaube ich, auch die Polizei Und Wird dann Den hier, glaube ich Erschießen So So war es, glaube ich, so ein Easter Egg Warte, soll ich es nochmal ausprobieren? Oder kommen die jetzt? Ne, ich glaube Es hat noch nicht geklappt Lange, wir machen nochmal Ich fühl mir den gerade Attenwerfer Moin Oh Alter Der hittet schon krass Oh Gott Vielleicht muss ich reinschießen oder so Ich wollte Ich will das jetzt wirklich ausprobieren Oh Oh Oh, der Arme Aus dem Medical Center Ich habe aber noch meine Waffen Jetzt habe ich jetzt 240 Dollar verloren Das ist aber egal Und wo ist der Laden Jetzt nochmal Oh Ich führe um die Ecke Komm Wir können doch schnell wieder rüber tappen Oder wir gehen doch zum Tattoo Laden Komm Weil wir noch ein bisschen Zeit haben Verschönen wir den nicht Sondern gehen in den Tattoo Laden Was, er hat geschlossen Klein Bastard Schnell, ich muss nach Hause Bevor die mich verfolgen Okay, die verfolgen mich schon, aber Ich bin schneller Ich bin fast and furious Na, siehste Die finden mich gar nicht Und ich bin auch ein guter Akropat Oh nein Ich bin gleich drinnen Oh, was wäre er denn hier Trevor Was ist passiert, Ron? Wir waren hier für dich Hier, für dich Wer war hier? Die Biker After you killed Johnny K And they damage my stuff, huh? They smash up my home Damage my soul Look at this This This, this, this This statue here Of impotent rage This fucking meant more to me Than Johnny K meant to anyone And they smashed it Those pathetic Midlife crisis Hog riding Shaven headed Fruity leather Chapped wearing Fucking assholes They're assholes Trevor They are They're Chap Wearing Assholes Wait, wait, wait You little shit Whoa, whoa, whoa Hey Michael fucking Townley Right? Bitch wife Two kids Forty-five Find them Los Santos It's a big Big place Trevor There's lots of people You are Fucking useless Huh? Find out who did That fucking robbery All right? And if Michael Townley Lives there Or anyone matching His description I'm gonna kill you And your fucking cousin Am I being clear now? Yes, Trevor Thank you Wait Now smile Yeah All right That's better Run along Now, Ron Shall we go? I cannot believe That they fucking destroyed My statue of impotent rage The cheek Huh? The fucking cheek of it I gotta make a stop At ammunition You're meeting me At the lost MC's airfield Gut, aber bevor wir Die Biker-Crew Schön Rache zeigen Werden wir Den Park beenden Ich hoffe, ihr hat's gefallen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Ciao, ciao Ciao, ciao